Verzeihung. Entschuldigung. Wie heißt er? Emanuel. Er ist besessen von dir. Ich mache Experimente und versuche so zu verstehen, was Menschen bereit sind zu tun, um ihre Wünsche wahr werden zu lassen. Betrachte ihn. Einfach als mein Versuchskaninchen. Ich will bei deinem Experiment mitmachen. Was hältst du davon? Wo ist meine Belohnung? Warst du schon mal mit einer Frau zusammen? Was ist los? Hattest du dir die Sprache verschlagen? Zähl mir von deinen Ängsten. Ich habe keine Ängste. Wir alle haben Ängste. Vertrau mir. Es gibt noch mehr Überraschungen. Vertrau mir. Vertrau mir.